Sie kennen ja die Palmen aus dem Süden von Ihrem Urlaub. Da ist es schön warm und Sie kommen nach Hause und wollen das Gleiche auch bei uns haben. Es gibt eine Sorte, die hält ein paar Grad Minus aus. Drachi Carpus Wagnerianus, Wagners Hanfpalme. Ein paar Grad Minus machen der überhaupt nichts.